Sie hat sich gut angestellt. Ich glaube, sie hat Freude gehabt. Für mich hat es auch Spass gemacht. Es war schön, wie man immer sieht, wenn man Sachen zeigen kann und sie nachher lernen und umsetzen kann. Das macht immer wahnsinnig Spass. Ja, für mich war es auch mega cool. Ich habe ein bisschen gelernt, wie man das macht. Und ja, es hat eben Spass gemacht. Das macht das gerne mal wieder vielleicht. Spass. Dankeschön. Was ich liebte, war es zu lassen, und es ist sehr cool. Ja, das fand ich toll. Das war super. Ich hatte viel Spaß mit dir, und zu zeigen dir ein bisschen unsere Profession. Ich fand, du war sehr gut, mit dem du gemacht hast. Ich habe gesehen, du hast viel Spaß gemacht. Aber es war auch so, du hast du mega's, du hast du gesagt. Das ist auch super toll. Vielen Dank. Grüß Geld. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss.